Ja, ich glaube aber, dass das gar nicht so unvernünftig ist, aus diesen kleineren Elementen, was jetzt in deinem Fall die Tagesbeschreibung ist, herauszugehen und von dem her dann auf größere Zusammenhänge einfach von selber zu stoßen oder zu kommen. Also in meinem Fall als Beispiel, ich habe ja diesen Punkt drinnen, was möchte ich morgen anders machen und da merke ich halt immer wieder, dass sich da mal über ein, zwei Wochen dann manchmal die Punkte sammeln sozusagen, also immer wieder dasselbe Punkt durchkommt. Also wenn es zum Beispiel über Ernährung geht oder wenn es darum geht, dass ich irgendwie zu wenig Pausen gemacht habe, zum Beispiel zu wenig auf mich geschaut habe etc. Und dann stößt sich das einfach auf und dann irgendwie, selbst wenn du dann ein bisschen durchblätterst, aber meistens sogar ohne, dass ich ein bisschen die alten Tage durchblätter, denke ich mir dann so beim Schreiben so, boah, das habe ich doch jetzt schon dreimal geschrieben, dass ich dieses und jenes tun möchte und hin und her. Und du schaffst oder ich schaffe dadurch dann so eine Bewusstmachung des Problems. Und ich würde jetzt stark davon ausgehen und das wirklich vermuten, dass genau dasselbe Prozess auch funktioniert, wenn du zum Beispiel feststellst, dass du da beruflich irgendwie wo angekommen bist, wo du dich vielleicht so nicht entfalten kannst oder wo dir ein bisschen die Zukunft fehlt oder wo die Aufgaben fehlen, die dich so auslasten und beanspruchen, wie du davon träumst und wie du dir das vorstellst. Vielen Dank.